Das Highlight der SPS 2023 ist die SIGNOVA Plattform. Mit ihr wird Bildverarbeitung kinderleicht. Neuronale Netze helfen unter anderem dabei. Das ist der Game Changer der Bildverarbeitung und unser Highlight der SPS. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir auch gemeinsame gute Lösungen für ihre Branche. Im Bereich Robotics geht es darum, dass auch Roboter mit Menschen kollaborieren. Da haben wir eine schöne Systemlösung mit dem S-Bot Speed, der dafür sorgt, dass eine sichere Kollaboration möglich ist. Nicht nur die letzten Jahre, auch die kommenden Jahre werden uns weiter vor Herausforderungen stellen. Bei SIG ist uns besonders wichtig, die Lösungen und Services zusammen mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Lieferanten in den Vordergrund zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank.